Hallöchen, ich habe einen kleinen Haul für euch, denn ich habe bei Idee mit Herz bei der Karin Jettenmeier bestellt. Die hatte nämlich, weil der ihr Werksverkauf, also der Hausoutlet oder wie man das Ding noch nennt, weil das ausfallen musste wie in Corona, hat die extra so Pakete gepackt. Da kann man die Sachen echt günstig schießen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das jetzt gilt. Habe ich letzte Woche, meine ich, oder war dies Woche? Habe ich auch bestellt, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall einmal Strassrondelle und das Päckchen kostet 10 Euro. Aber da sind so viele drin, ich sage es euch. Das macht sich echt bezahlt. Und ich brauche die ja für, bei meinen Papierperlen, ne, da so als Zwischenstücke. Habe ich schon mal bei einer Kette gehabt. Das sieht so, so schön aus. Denn die glitzern dann. Ihr habt eine Silberamethyst. Wo bist du, Autofokus? Das will der nicht. Schweinebacke? Ah, da ist er. Ja, das sieht man da gar nicht gut. Silberamethyst. Und hier haben wir Silbersaphir. Den kann man natürlich gut sehen, ne? Da sind immer 10 Stück drin. Hier ist Silberaquamarin. Boah, ist das nicht schön. Das ist doch toll, oder? Finde ich voll schön. So, ich halte die eine Hand die ganze Zeit hoch. Silbersaphir. Ich will die jetzt nicht alle aus der Tüte rausholen, ne? Das wäre doof. Da haben wir Silber einfach. Dann ist halt weiße Steinchen. Dann haben wir hier Goldperidon. Das heißt, ne, Silberperidon. Das ist ja mit Grün. Aha. Ist er wieder weg. Da. Schön, ne? Und hier haben wir einfach nur Gold mit klaren Steinchen. Dann haben wir hier Aquamarin und nochmal, also Silber jeweils, Peridon. Also Grün und Aquamarin, hellblau. Hier ist Silberamethyst. Also dieses, na, rutsch weg eh. Dieses dunkle, das schillert so ein bisschen, ja, Lilla. Je nachdem. So ein ganz dunkles Rot. Silber Tansanit. Das ist schon fast schwarz. Dann Silber, Mondstein. Oh, Mondstein ist schön. Seht ihr das? Richtig in verschiedene Farben. Ah, toll. Nochmal Silber, Mondstein. Einfach Silber hatte man auch schon. Einfach Gold hatte man auch schon. Und nochmal Silber Tansanit. Also. Wenn man da mal in den Shop guckt. Jedes Tütschen einzeln, ne? Das hat sich doch. Das sind zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Sechzehn Tütchen. Für zehn Euro. Super Schnäppchen. Also wenn die so Pakete macht, das sind echt immer Schnäppchen, ne? Da spart man schon. Und wenn ich mir die Einzel holen müsste, da könnte ich mich sowieso nicht entscheiden. Ja, wenn sie schon so ein Outlet verkauft hat, so extra, wie nennt sie sie immer? Clubstreffer. Ne, jedenfalls Outlet-Set. Ja, Outlet-Set. Stressvondelle. Da ist die Nummer. Wenn ihr gucken wollt. Dann habe ich mir einen Stanzel geholt. Und zwar den hier. Ich habe ihn schon ausgepackt. Da standen es drei verschiedene Größen. Und zwar so Tags. Da ist einmal 3,8 cm, 5,1 cm und 6,3 cm. Oder eben 1,5 Inch, 2,5 Inch oder 2 Inch. Und ich habe schon einmal den 1,5 Inch. Den habe ich aber an beiden Seiten gemacht. Ist aber tierisch breit 1,5 cm. Ich dachte, der ist schmaler, aber nur gut. Damit kann man auch schön, wenn man eine Kiste hat oder so, vorne drauf und dann beschriften. Beim Ordnungssystem. Beim Ordnungssystem. Man kann die auch länger machen. Oder halt die ganz breiten. Hier der, das ist jetzt die mittlere Größe. Ist aber mit den 1,5 ist schon, geht nicht richtig rein. Ich gucke mal, wie viele Zentimeter das sind. 3,8 cm. Also ich würde eher 3,7 cm dann nehmen. Ein Millimeter weg. Weil das so, finde ich, recht spack. Das kannst du nur an einer Seite immer anschlagen. Na, ist auch wurscht. Aber den wollte ich unbedingt haben. Eben, um sowas da zu machen. Hier so Dinger. Ich habe noch nicht drauf geguckt, wie groß. Aber ist egal. Ist aber gut. Der gefällt mir. Dann habe ich wieder einen Monster-Stanzer. Dann, äh, war da ein Stanz-Set. Ja, ja. Und zwar dieses Stanzer-Set mit dieser Artikelnummer. Und da muss ich sagen, das ist auch super günstig. Wenn wir die Einzelkauf, gibt man wesentlich mehr aus. Dann haben wir hier einmal den Eckstanzer. Und kann man den, kann man den. Bei manchen geht das nämlich. Aber das sieht doch so aus. Als könnte man den. Ich bin echt gut, ne? Super gut. Jetzt habe ich ihn runtergeschmissen. Doch, aber das kann man. Ja. Wie ich mir nämlich gedacht habe. Man kann das auch. Nicht nur als Eckstanzer. Ah. Ja. Ja, jetzt habe ich ihn hier noch rumgesaut. Seht ihr? Da kann man eine schöne Bordüre mitstanzen. Ich wusste doch, dass das geht. Denn das habe ich schon bei anderen Eckstanzer. Und da kann man das Teil rausholen. Oder eben als Eckstanzer. Und da hat man so was. Na? Da hat man die so abgerundet. Ja. Ist auch gut. Gut. Also, da finde ich ihn schön. Doch. So, und jetzt muss ich mir gerade die Sauerei hier wegmachen. Ich bin ein Schwein, echt. Gleich kann ich wieder im Boden rumkriechen und den ganzen Mist aufsammeln. Na ja. Gut. Ja, hol ich den mal raus. Und die auch. So. Dann habe ich hier einen Bordürenstanzer. Der ist auch da mit drin, ne? Also, der, der Bordürenstanzer, der Plattstanzer. Und hier dann noch vier Blumen zu machen. Mit denen, äh, da habe ich vor Jahren schon nie liebäugelt. Die hatte ja schon eine Weile. Aber wollte ich mir dann doch nie holen. Weil die einzeln, da kommt doch schon was zusammen, ne? Da kommt echt was zusammen. Also, die teste ich mit euch auch nicht, die. Weil, äh, das sind die Blütenblätter. Und die muss man ja mehrmals ausstanzen. Dann legt man die Blüte zusammen. Und hier, das ist der Stempel. Und, da kann man richtig große Blüten mitmachen. Also, hier sind ja schon mal die zwei Größen. Und, da kann man auch sehen, ne? Und die, die sind richtig groß, die Blätter. Also, nicht so klein. Richtig groß. Ja, und hier der Stempel. Ja, doch. Find ich nicht schlecht. Wollte es sowieso immer haben. Jetzt habe ich ihn. Ja, und dann haben wir hier den Bordürenstanzer. Ist der niedlich. Die anderen, die ich shoppe, die sind. Der ist echt niedlich. Da gucke ich mal. Er sagt mir immer so. Mittig, ne? Jetzt muss ich jetzt so hinlehnen. So sehe ich nichts. Ja, das ist aber blöd. Also, nur so ein bisschen weiter. Ja. Ne. Da müsste ich ja schon so. Nur eins immer rausgucken lassen. Dann geht es, ne? Ja, dann geht es. Also, immer nur eins rausgucken lassen. Gut. Also, immer von dem. Das ist ja. Dann immer nur den Bogen komplett rausgucken lassen. Sonst hat man die Mittelstücke. Also, nicht bis dahin. Das geht nicht. Ja, und wer ist nicht blöd, hat sich auch gesehen. Hier sind ja auch die Pünktchen, ne? The same procedure, noch eins. So. Ja, da sind sie doch, die Pünktchen. Und wenn ich da draufhiehe, dann habe ich jetzt doch. Ja, da kommt doch von dem nicht richtig gut, ne? Ja. Oh Gott. So, jetzt habe ich ja dabei. Doch, dann sieht das hübsch aus. Gefällt mir gut. Ein sehr schöner Spitzenrand. Ein tolles Muster. Und da ist auch eine Klappe dran. Und, aha, die schieb man weg. Gott. Und dann kann ich sie wieder reintunen. Ja. Irgendwie so. Jo. Und dann kann man alles aufheben. Bis auf die. Man kann die ganzen kleinen, da hast du Konfetti. Und mal ohne Quatsch, ne? Wenn man Konfetti braucht, äh, wenn man so viel stanzt, dann, da kommt schon mal zusammen. Kann man durchaus nehmen. So, und hier habe ich jetzt eine Blätterstanze. So, gucke ich dann auch mal rein. Und dann, das Set war nämlich auch 10 Euro, ne? Alle zusammen, das ist schon irre. Alle zusammen 10 Euro. Das ist schon irre. Da will ich jetzt nur, ja, nur mal so probieren. Und dann, das war natürlich zu dick, ne? Ja. Ja. Also, etwas dünner darf es sein. Und dann, das war schon ein bisschen dick, die Pappe. Aber ist doch cool geworden. Und dann, das sieht doch hübsch aus. Kann man natürlich dann bei den Blumen kombiniert nehmen, ne? Aber hier seht ihr, das ist viel größer. Und das hier ist schon zu dick. Ja, das ist besser, das ist dünner. Das hat die 2,20er Grammatur. Also, ich gucke mal gerade. Ja. Mit 2,20 ist besser. Einfach hier hoffene Verpackung, ich tue so dir. Lässt dich besser stanzen. Ja. Ist ja noch gut, ne? Das ist der Stanzer und der, die 3 für die Blume und der Bordürenstanzer. Zusammen 10 Euro. Kannst du nichts sagen. Und ja, ist alles Werbung, aber nicht bezahlt. Wieso sonst? Ich habe mir das gekauft. Ist ein Haul. Jawohl. Dafür kriege ich nichts. Ja, und das letzte Outlet-Set waren die Quasten. Die fand ich auf dem Foto super, super schön. Die finde ich immer noch super, super schön. Wenn ich da so neben mich gucke. Allerdings. Die sind noch super, super groß, ne? Guck dir das mal an. Das dicke Ding. Oh, für 10 Euro. Hier, weiß die Nummer. Also, finde ich schon, äh, Jack. Das ist nämlich Nummer 1, so ein Tütchen. Und ich weiß nicht, wie viele da drin sind. Und in diesem Tütchen sind 5 Stück drin. Ich habe gedacht, die wären so klein. Da stand kein Größ dabei. Und da dachte ich, oh ja, jo, dann, äh, ne? Die sind in der Tat, also, Junge. Das ist schon eine Nummer. Wo kriege ich das denn aufgemacht? Hier? Ja. Also, das ganze Paket ist proppenvoll. Jo, das sind nicht die größten Hände, aber nicht die kleinsten. Und, wenn ich jetzt das Bindebändchen mal nicht rechne. Nur die Quaste sind da 13 cm. Mit Bindebändchen haben wir 22, 22, ja, sagen wir 22. Und die fühlen sich gut an. Doch, die sind schön. Ja, jetzt haben die aber Quasten, ey, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. So, jetzt kleben die da fest. Da standen nur Quasten, ey. Ich wusste aber nicht, wie viel. Ich dachte, oh ja, da sind dann ein paar Quasten, ne? Weil, äh, ja. Aber, boah, guck, geht da doch mal an, ne? In jedem Päckchen fünf Stück. Von den roten... Das sind vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Schon davon zehn. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass von den anderen vier auch jeweils zehn ist. Denn da habe ich ja die, das rosa, das dunkel-lila und dieses, äh, beige Natur. Ein, zwei, drei, vier, fünf... Boah. Das ist doch hammer, wa? Fünfmal, zehn Päckchen, mit je fünf Quasten. Also, jeder 50, da 50, da 50. 250 Quaster. Für zehn Euro. Also, ähm, die großen brauche ich so schnell nimmer kaufen. Das finde ich schon, äh... Ist ne Hausnummer, wa? Also, das ist doch schon... Leistung. Ja, und da ist auch ein Guti drin. Und zwar hab ich hier Hologram-Sticker. Gut, dat ist irgendwie so... Ja, siehst du, für Weihnachten. Hier sind noch so... Was ist denn dat? Ja, Sternchen, Schnorkel, Herzchen... Und, äh... Ja, halt Kerzen, Kreise... Ja. Ja, gut. Mal gucken, ne? Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ähm... Aber ich denk, da hab ich doch gut was geschossen, oder? Recht günstig noch alles zusammen. Also, da kann ich zufrieden sein. Finde ich schon. Das ist doch schon... Das ist doch schon doll. Und, was ich den hab. Auch wenn das Schild jetzt ein bisschen groß ist. Naja, aber wenn ich ganz große Schilder brauch, ich kann auch so Text damit machen. Dafür ist es ja eigentlich gedacht, na... Also, wenn du das jetzt so nimmst, dann... Ich wollte es halt für Schilder, aber da ist man doch... Also, ja, für Boxen zu beschriften, gut. Ansonsten, für Text... Okay. Da würde ich nicht mehr zwei Löcher machen. Und man kann jetzt sehen, dass die Suche geprägt. Also, von daher... Ja, doch. Ich bin zufrieden, da den hab. Der ist gut. Der ist... Ja, der kostet... 12,45. Finde ich nicht so viel. Ist okay. Stand ist gut. Man muss es halt genau zuschneiden. Und man sieht ja, hier ist nur der Einfache. Da ist dann mehr geboren. Und hier ist dann in Wellen. Bei dem ganz breiten. Ja. Und ich kann jetzt ganz viel mit meinen Tauchen machen. Da bin ich jetzt wirklich gut mit bestückt. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Haul gefallen. Ich bin auf jeden Fall hin und weg. Ich bin voll zufrieden. Und bin schon gespannt, wenn ich damit mal Blumen bastle. Damit kann man so... Für so große Layouts und so... Kann man damit bestimmt schöne Blümchen machen. Vielleicht ja aus Zeitung. Mal gucken. Ich werde sehen. Und ihr wollt dann auch. Und ich bin jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mit Quasten versorgt. Oh Mann. Tessel auf Englisch. Tessel. Heißt Quaste oder Trottel. Naja. In diesem Sinne dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tlegen.